Hallo YouTube-Freunde! Kridl79 Wir sind am Schleif und nehme ich jetzt mit hier auf die Skitruste vom Wetterberg Lenk Mal schauen, wie das geht Die Handschuhe anziehen und dann geht es los Ihr seht, die Jungs da sind schon gegangen Die Kleinen Die gehen da wie eine Rakete Also, ich ziehe noch die Handschuhe an und dann geht es los Es ist etwas schwierig Filmen So, jetzt Stöcke muss ich halt an die Hand nehmen So, okay Also, alles bereit? Zwei, drei, zwei, eins Los! Ja! Woohoo! Ja! 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 Etwas zu viel Gegenwind, leider Schade! Letzte Kurve! Und der Schlusssprung! Und der Schlusssprung! Woohoo! Geil! Ja! Ja! Also, Bettelberg-Lenk, geiles Skigebiet, wirklich mutterfassig. Macht's gut, tschüss zusammen!